Die Hürde kann man euch nicht mehr vertrauen. Ras Al Ghul, Deathstoke. Wir brauchen deine Hilfe gegen das. Der Justice League helfen. Eure Liga ist im Ende geweiht, aber unsere hat alle Zeitalter überlebt. Genau so wird es auch bleiben. Zeigt mir, was ihr könnt. Und bleibt an mir dran. Eine Jagd. Ich mag Jagd. Als ob ich mich Leuten wie dir anschließen würde. Du bist noch alberner, als ich dachte. Hinterher, wenn wir Deathstoke zeigen können, welche Gefahr Darkseid für die Welt darstellt. Überzeugt er vielleicht Ras Al Ghul, uns zu helfen? Ich weiß nicht, Betz. Ich meine, ein Typ namens Deathstroke klingt nicht gerade wie jemand, der auf Argumente hört, oder? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego DC Super Villains. Wir müssen jetzt zu Ras Al Ghul. Wenn ich mich nicht recht geirrt habe. Und jetzt muss Flash erstmal hier laufen. Das dauert nicht lange. Eins von zehn, okay. Ups. und alles gefunden was ich brauche war war ich ein bisschen zu schnell so gut das kann ich nicht kaputt machen gut ihr seid noch hier macht es euch spaß eure zeit zu verschwenden ich habe das gefühl das spielt mit uns passt auf alles klar hier gibt es bestimmt auch jede menge fallen ja bestimmt wo ist jetzt diese andere komische typen da ist der andere komische typen glaubt der ist weg hat sich weggepackt ja da muss ich kann das nicht benutzen komisch auch ein bad man kann nicht alles benutzen hmm ja gut so geht es auch kaputt was kann man hier machen nix na gut so was kann man hier jetzt machen mit batman hallo bisschen rumgepackt hier ne das wollte ich gar nicht gut da kann ich nichts machen hat es bis hierher geschafft da ist er ich schnapp ihn mir nicht flash das doch möchte sicher nur bewirken dass wir unüberlegt haben bei diesen typen ist nichts wie es scheint was ja und ich habe lange gebraucht um das zu lernen versuchen wir die brücke zu reparieren gut der ist auch weg fehlen nur noch diese komischen typen hier ja ja okay Okay. Oh. Ja, vielleicht brauche ich da doch noch irgendwas anderes. Achso, ich brauche den von Joker. Oh. Okay. 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 Ja, bin ich. Die Bat-Rakete. Habt ihr die etwa hier geparkt, Leute? Auf dem Kopf? Anscheinend wartet Deathjoker auf uns. Mal sehen, ob wir mit der Bat-Rakete rüberkommen. Eure Sturheit ist beeindruckend. Ja, danke. So, was soll ich jetzt hier machen? Guten Tag. Guten Tag. Ich musste testen, wie ernst du es meinst. Die meisten hätten einfach aufgegeben. Tja, ich bin nicht die meisten. Ich bin Bat-Rakete. Wir sind dein. Also das nenne ich mal ein Arter. Er macht es ständig. Irgendwann nervt es nur noch. Wir haben Supermans Landestelle gefunden. Wir sind unterwegs. Bringen Sie die Sitz in aufrechte Position. Wir setzen in Kürze zur Landung an. Dinosaurier-Insel. Wie kommst du darauf? Dinosaurier-Insel. Oh! Oh! Dachte mir schon, dass ihr kommt und euren Mann aus Stahl sucht. Ich, Kaliberg, General von Darkseid. Benötige ihn. Ich kann euch nicht erlauben, ihn mitzunehmen. Erlauben? Was hast du mit Superman gemacht? Ihr seid gleich geschickt. Mal sehen, ob ihr Narren es schafft, den mächtigen Kaliberg zu besiegen. Und mit einem Postkamm. Ich bin froh, wieder zurück auf der Erde zu sein. Ja, nicht das Willkommen, das ich erwartet hatte. So, wie kann ich den jetzt besiegen? Glaubt ihr noch immer, dass er gewinnt? Ihr Narren. Ich bin froh, wieder zurück. Das wird euch fertig. So kriege ich ihn doch schneller los, als ich gedacht habe. Ja, ja. Hm. Wo ist denn der Typ jetzt? Ach, da hinten. Ja. 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 Kaputt. Ähm. Hmm Ich habe die größten Krieger in der Galaxie besiegt Denkt ihr, vor euch habe ich Angst? Kann ja sein Warte mal, ich brauche hier jetzt wieder so einen Teil, ne? Ja, lustig Ey Warum soll sich besser jemand anderes kümmern? Mache ich Oh, schon wieder was für mich Glaubt ihr noch immer, dass ihr gewinnt? Hey Es sieht so aus, als ob unsere Quasselstrippe die Energie direkt absorbiert Und ich dachte, mechanische Dinosaurier wären das komischste, das ich heute sehe Mit B, okay Dann wollen wir mal sehen Ähm, wo kann ich? Vielleicht hilft uns unsere Umgebung eine neue Angriffsmöglichkeit zu finden Ah, da kann ich Das Das könnt ihr nicht machen Kerle, der kann nie Ja Danke Green Lantern, Aquaman und äh, ich glaube wir haben uns noch nicht vorgestellt Wie heißt du denn? Oh Oh Stimmt Keine Zeit zum Plaudern Darkseid kann ganz schön zuschlagen Ach Etwas mehr Sonne und ich bin wieder so stark wie früher Kannst du schneller Sonne tanken, Superman? Wir brauchen deine Kräfte wohl früher als gedacht Was ist das? Darkseid Was ist das? Darkseid Was ist das? Darkseid Das mit dem T-Rex Match So Da haben wir auch 100% Das mit dem T-Rex Match Da haben wir nichts Da haben wir wahrscheinlich auch nichts Doch ein Und hier Nix Und hier zwei wahrscheinlich Hier richtig Ui Batman Cyborg Cyborg Großer Okay Deathstroke Flash Wonder Woman Wonder Woman Nummer 5 Greeny Granny Irgendwas Kalibek Ra's al Ghul Und das wars So So Dann gucken wir noch was es als nächstes gibt Jimmy Mach so viele Aufnahmen wie du kannst Endlich bekomme ich eine echte Story Menschen der Erde Eure Welt ist bald mein Widerstand ist zwecklos Eure Niederlage ist unvermeidlich Boom Wer wagt es sich zu wehren? Wir natürlich Das wär dein Vergnügen Das wär dein Vergnügen Das wär dein Vergnügen Als würde Darkseid sich noch zurückhalten Als würde Darkseid sich noch zurückhalten Ach Nicht ins Gesicht Wie kann das sein? Ich wurde besiegt. Hat er aufgegeben? Sieht so aus. Er hat die Betrüger also noch beliebter gemacht. Also suchen Sie weiter die Anti-Lebensformel und wir können niemanden warnen. Joker, wir brauchen dich und deine Freunde. Hä? Warum Bats? Solange die Welt das Crime-Syndicate für Helden hält, ohne dass sich ihnen jemand in den Weg stellt, dann müssen wir wohl die Bösen sein. Was meinst du? Okay, überlass das mir. Falls ich sie fünf Minuten von Streiten abhalten kann, sind wir drin. Gründ mir einfach unser eigenes Crime-Syndicate. Wie können wir die Helden spielen? Sei nicht so naiv. Es gibt schon doppelt so viele wie früher. Es gibt eine Menge zu tun. Reverse Flash. Grundy. Ich kann es kaum glauben, aber anscheinend arbeitet die Justice League mit uns zusammen. Könnt ihr beide euch bei der Hall of Justice mit Joker und Harley treffen? Kannst du das vielleicht übernehmen, Thorne? Ich bringe ihn hin. Keine Sorge. Komm schon, du alter Klotz. Ein weiterer Beweis, dass ich es war, diene, der einzige echte Blitz zu sein. Superman. Superman. Justice Inicate. Aber ich würde sagen, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt ihr zu meinem Kanal rechts in weitere Videos. Verlinkt das gerne in Like oder wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.